In diesem Video schauen wir uns an, wie iCrymax eine verbotene Wasserrutsche mit seinem Kumpel Marvin gerutscht ist. Lasst aber davor unbedingt ein Like, ein Abo da und aktiviert die Glocke, um nichts mehr zu verpassen. Und wir starten rein. Let's go! Okay Marvin, dann lass zusammen durchziehen. Wir ziehen zusammen durch. Hey Leute, das ist richtig gefährlich, Alter. Max, du gehst vor. Also Leute, mach sowas echt nicht zu Hause nach. Den Mann lasst jetzt hier noch fürs Video. Oh mein Gott, einfach eine Wasserrutsche ohne Wasser. Ah, okay Leute. Wow, ey, das geht! Ah, ich bin stecken geblieben. Achtung, nein! Oh mein Gott! Ey Leute, man sollte das echt nicht nachmachen. Ohne Wasser. Oh mein Gott, da ist kein Wasser, das mich aufheißen jetzt später unten. Ah, ey, das ist voll gefährlich. Oh oh. Ich glaube, Marvin hat sich verletzt. Oh, die haben sich verletzt, glaube ich. Boah, ich hab mich nicht mehr wie gesagt. Oh mein Gott, Bruder. Marvin, ist bei dir alles gut? Ich bin so umgeknickt. Bruder, gar nicht gut, Alter. Boah, ich hab mich so verletzt. Ich bin jetzt mit uns hiergegen gehauen. Da an der Stelle, da bin ich irgendwie weggeknickt. Ich muss irgendwie hier zu ihm kommen, Leute. Oh mein Gott, Aua. Marvin! Ja? Ich komm zu dir. Ich lauf, ich lauf, die rutsche einfach wieder hoch hier, Leute. Marvin, alles gut bei dir? Ja, Bruder, ich komm. Bro, du hast dich geisteskrank hingelegt, oder? Warte, Digga, ich hab mir echt wehgetan. Alter, ich komm da nicht hoch, hier ist so steil. Warte, ich komme. Leute, ich mach mir echt Sorgen langsam um Marvin und Max. Ich hoffe, wir müssen keinen Krankenwagen hier holen. Alter, nein, Marvin hat sich verletzt, Leute. Ich hab voll gehört, wie das gescheppert hat. Sollen wir den Kuhn, dann nehmen wir den Kuhn, nehmen wir die Seite, oder ist das hier leckig nicht? Also jetzt schon voll dick aus. Lass gucken, dass wir hier irgendwie noch lebens runterkommen, gefühlt. Ich mach mich mal zu krass. Das war echt zu viel. Ich hab keinen Reifen. Versuche irgendwie runterzurutschen. Oh Gott. Alles gut, rutsch, rutsch, rutsch. Schieb mich an. Schieb mich an. Leute, wir stecken einfach in der Rutsche fest. Das ist echt zu krass. Das ist echt zu krass, Leute. Oh mein Gott. Ey, nein, hier ist noch gar nicht das... Ach, hier ist das Ende. Ich dachte schon, Leute, hier wäre nichts Ende. Ich dachte schon, das war's. Alles ist gut, wir haben's rausgeschafft. Schreibt auf jeden Fall gerne mal in die Kommentare, ob ihr diese Rutsche rutschen würdet. Eins, ja, zwei, nein. Also ich denke, ich würde sie auf jeden Fall nicht rutschen. Schreibt's in die Kommentare. Würde mich auf jeden Fall interessieren.